GAS! 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 Volgas! Jonas! Volgas! Na oben! Höhe! Höhe! Gleich geht der aus! Mach mir einen 3% Akku da raus! Ja, ich glaub das ist ein 2% 1% Und jetzt? Was war's denn für ne Scheiße? Halt doch mal ruhig! Achso, ich wollte nicht frei kämpfen! Nein, nicht übern Wald! Nicht übern Wald! So, jetzt kämpf ich frei! Das müssen wir gleich nochmal mit vollem Akku machen! Warum?